Ich wurde Netz-Elektriker, weil mich schon der Strom fasziniert hat. Es gibt so viele verschiedene Sachen in diesem Job, die man machen kann. Man sieht immer etwas Neues, es ist eigentlich nie gleich. Ja, das gefällt mir so. Ich bin zuständig für die Lehrlinge und zuständig für die Einteilen von Leuten, organisieren von Baustellen. Ich fokussiere schon auf die nächsten Projekte, die im Hintergrund kommen, damit das alles bereit ist, wenn es dann wirklich anfängt. Ich mache wirklich sehr gerne etwas mit Leuten zusammen. Darum mache ich auch private Feuerwehr. Es macht mir Spass, mit anderen Leuten etwas zu machen. Ich bin eher der Typ, der nicht Nein sagen kann. Und das ergibt sich dann daraus, dass ich gerne anderen Leuten helfe. Wir sind als Arnold AG eine ziemlich grosse Konzertgesellschaft der BKW. Dadurch, dass wir so gross sind, sieht man viel, macht man viel, was man vielleicht in einer kleineren Firma nicht die Möglichkeit hat zu erleben. Das macht es für mich aus. Ich bin Roger Roth, Chefmonteur bei der Arnold AG, eine Konzertgesellschaft der BKW. gut interested in es machen. Bescheid zur BKW! Und man findet sich zwei Fotos sowohl. Bis zumal. zumal. Ich esse je reicht gezau. Bis zumal.